Wir machen die nächste Aufgabe. Eine, ähm... Escort-Aufgabe. Defend me! Ja, sehr gerne. Oh mein Gott, ist das klein. Guck mal, kann der springen? Hm... Zwei große Bodyguards. Und da kommen auch schon zwei. Ja, musst du jetzt kacken! Ja, kommt noch einer? Fünf Zellers. Ich geh mal vor, ne? Aha. Ich geh mal vor, ne? Ich geh mal vor, ne? Ich geh mal vor, ne? Ja, da kommt's von dir oder da vorne? Soundfuck! Ist da gerade eine Schlange drin? Ja, ich geh nicht sagen. Ja, da kommt eine Katze. Uh, im Sprung gekillt! Akkurat! Ich geh mal vor, ne? Ich geh mal vor einen Mohren. Ich geh mal vor. Ich geh mal vor, ne? wir sind dann wieder mit einem Klopfer. Ja, ich geh mal vor, ne? Ich bin schnell vor. Ich geh mal vor, ne? Oh, ich geh mal vor. Was haben sieEX-Aufgabe zu? Oh, sie sind etwas südessen. Und wenn sie nicht geschehen is, Tut mir leid. Hallo, warum kann ich mich gut bewegen? Ich wollte nur den Leichen festhängen. Ach, sind wir für scheiß Matten wieder aufgegangen? Ich bin gerade froh, dass ich ausgestellt habe, dass er irgendwelche Einten ist. Links, links, rechts, rechts, rechts. Halt die Klappe. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Was ist das? Diese doof umstehenden Bären, die auch noch schlafen. Guck mal. Hm, das verkoppelt doch noch nicht cool aus. Guck mal auf, um den Weg rumzustehen. Guck mal. Was ist denn geil? Hintergehen. Guck mal. Guck mal. Ja, fancy Mutti. Guck mal. Oh, wie dieses Freund. Ja, ist das süß. Oh, das ist schön. Hu, ist ein Intech Railgun. Zweimal. Das finde ich mal eine gute Belohnung. Kannst du einstellen, was er nicht aufnehmen soll? Oder nimmt der dann grundsätzlich einen Klappe? Nur alles nicht auf. Der nimmt gar nichts auf. Du kannst einmal Abbau von Rohstoffen und dann von Opfer-Items. Ich habe beides ausgestellt. Scheiße. Hm? Was hast du eigentlich gemacht? Ein Mammut, was ich einmal mitgenommen habe. Alles gut, ich halte mal Mammut wieder. Okay. Ich komme gerade hier nicht hoch. Hallo. Scheiße. Komm mal runter. Du bist vielleicht weit geflogen. Gut, die eine Scuba-Maske hat uns auch weggeworfen, aber... Das ist jetzt weniger schön. Ja, die Masken, die müssten jetzt nicht unbedingt sein. Ach, die... Den... Anzug selbst. Den Brust... Da sind die Brustteile, wo hinten die... Flasche drauf ist, weißt du? Ja, die wäre besser. Okay, jetzt muss ich gucken, dass wir wieder zurückkommen, dass wir die anderen auch noch machen können. Dann... Stoppe ich an dieser Stelle die Aufnahme und sage dann mal, das wenn wir mit der Aufgabe fertig sind. Bye! Also, willkommen zum großen Speed Rennen The Rhino 500. Oh, jetzt bin ich gespannt. Dich auch. Wir werden... So siegen. Mhm. Huch! Okay. Oh, du hast einen blauen! Oh Gott. Na ja, dann müssen wir beide durch. Ja? Ich habe Müll-Anno, wo ich durch muss. Ach, die Scheiße. Ich habe keine Ahnung von mir werden können. Sachen gibt's hier... Oh, Leute. Toll, ich hänge am Stein fest. Alle aus dem Weg, Mann! Oh, der AG ist schön. Ah, guck mal hoch. Wir sehen... Danke. Äh, ja. Ich denke. Ich fühle mich so. Wir haben unsere Judy im Eschport geparkt. Ja. Wir haben unsere Judy im Eschport geparkt. Akkurat halt. Wir machen unsere Judy im Eschport geparkt. Let's give him the flick. Yes, give him the flick! Aha. Ja. Aua. Kehre zurück oder werde teleportiert. Ja, wenn ich ihn mal durchkäme wäre toll. Jo, das ist nichts. Hat wieder ein Fatal-Ever. Ach nee. Ganz ehrlich, diese Rennstrecken sind beschissen, wenn du überall hängen bleibst. Und ich meine überall. Oh, das ist so. Eine beschleunige Strecke. Oh, das ist so. Eine beschleunige Strecke. Niemand ist schneller als du. Ähm, okay. Hab ich jetzt gewonnen? Ja, ich bin doch durch, oder? Also diese Renndinge hätten sie sich echt sparen können. Die sind einfach nur bescheuert. Oh, da müsste es mich wieder kicken. Also sobald... Okay, gut. Ich kick dich gleich. Okay. Ähm, und ich stoppe die Aufnahme. Wir gucken, dass wir das jetzt hier irgendwie hinkriegen und sind uns bei der nächsten Sache. Okay, gut. Aufnahme läuft. Du kannst es loslegen. Ich bin wirklich mal gespannt, was das jetzt wird. Okay, wir brauchen die. Nein, nein, nein. Ach, hier wieder was zum Scannen. Oh, ich muss lange vermagen, weil wir hängen zu Tieren. Oh, ich muss lange vermagen, weil wir hängen zu Tieren. Ich probiere eine neue Transfaktionstechnik. Ja, Schnucki! Urban 1, 2, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 11, 11, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 21, 21, 20, 21, 22, 22, 22, 23, 24. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Jaa, Schofi. Oh, was ist das? Ja, das hab ich jetzt essen. Wenn ich alles rum esse, dann geh ich mir erst mal. Das war's, was ich dann? Wer ist festgelegt? Ja, das war's. Ja, Schnucki! Das ist aber ein interessantes Verlust hier. Ach, wie der blutende Jodi da vorbei ist und dem Terzerino hinterher ist. Hm, da rein läuft ein blaues Pferd. Ach du Scheiße. Ähm, wie machen wir denn das? Ah, Scheiße. Was ist da oben da? Okay, ein Gottlack ist hab ich. Äh, ich brauch mir mal ein bisschen. Ah! 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 Scheiße! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Und was ist da oben da oben da oben da oben? Ja, da oben da oben da oben da oben da oben da oben. Hilfe! Hilfe! Ich brauch mein Pferd, äh, mein Reittier, ich brauch mein Reittier. Geh weg! Warum ist mir jetzt knapp von 5 Minuten hier weg? Weil ich was hab, wo ist meine Rauchklaue? Wo ist er denn? Ich weiß nicht, aber mir ist das Game wieder gecrashed. Geh weg! Also die Missionen sind bei mir total verpackt. Mhm. Oh Scheiße. Oh, komm schon. Was ist denn der Ernst? Musst du jetzt den Scheiß machen? Wie gut, dass das überhaupt nicht anstrengend ist. Ach du Scheiße. Wie schön, dass gerade alles versucht, mich umzubringen. Wie schön, dass gerade alles versucht, mich umzubringen. Uff, wie gut steht. Beideszirgen, hier. Wie gut ist es. Wie gut steht. Wie gut steht. Wie gut steht, woanders geht. Alter, was kommt mir denn alles noch aus ansehen? Leck mich! Ähm, ich glaube das müssen wir nochmal machen. Nein, leider nicht. Ja, ich weiß. Ja, man hört sich nur einen vorlegen. Ach, so schön. Oh, Kader. Hast du auch einen Golden Nugget aufgesammelt? Ja. Ja, das fehlt dann jetzt. Na gut, dann sag ich einfach mal, ihr habt es ja gesehen, wie es funktioniert. Wir sehen uns bei der nächsten Aufgabe.